Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist. Wie immer am Anfang mein Hinweis, dass ich kein Arzt oder Therapeut bin. Ich gebe hier meine Erfahrungen weiter und ob sie dir gewinnbringend helfen, kann ich nicht versprechen und kann ich auch nicht garantieren. Heute geht es um eine kleine Meditation oder eine kleine Motivation für jeden Tag. Zum Beruhigen, bei Erschöpfung oder wenn du ausgelaugt bist nach einem anstrengenden Tag oder nach anstrengenden Momenten oder auch einfach so. Atme tief ein und aus. Das wird oft geraten. Das Ausatmen länger als das Einatmen. Also tief einatmen, 1, 2, Luft anhalten und ausatmen, 1, 2, 3, 4. Und das immer wiederholen. Einatmen, Luft anhalten und ausatmen. Und wieder einatmen, ganz tief in den Bauch hinein. Luft anhalten und wieder ausatmen. Am besten durch die Nase ein- und ausatmen. Diese tiefe Atmung beruhigt das Nervensystem. Das spürst du bestimmt dann auch entweder sofort oder nach einer Weile. Auch bei einem Streit, bevor man etwas erwidern möchte und vielleicht scharfe Worte entgegenbringt, hilft das ja auch immer. Man sagt immer, atme erst mal tief durch und dann wird das schon. Aber so ist es, denn das Nervensystem wird dadurch wirklich etwas beruhigt. Und man kommt vor allem zum Überlegen. Ist es das wert, dass ich jetzt etwas Scharfes entgegne? Oder dass ich mich jetzt ärgere? Warum eigentlich? Worüber habe ich mich eigentlich geärgert? Fühle ich mich getriggert? Fühle ich mich angesprochen? Und warum? Wenn ja, warum? Spüre in deinen Körper hinein, wo ist die stärkste Verspannung? Ist es im Nacken? Ist es im Bauch? Wo spürst du die Verkrampfung? Manchmal hilft auch schon dieses Aufspüren, dass es dann etwas besser wird. Lege deine beiden Hände auf den Oberbauch oder in die Herznähe, sozusagen Hand aufs Herz. Dies beruhigt auch schon. Durch die Beruhigung des Nervensystems bekommen wir auch wieder einen klaren Kopf. Wir können wieder zu neuen Gedanken und Erkenntnissen gelangen. Bewerte nichts zu voreilig und teile nicht voreilig in gut und schlecht ein. Manches, was derzeit oder im Moment oder heute bei dir selbst negativ, zunächst negativ eingeschätzt wurde von dir, kann morgen für dich hilfreich sein oder im nächsten Moment auch schon. Deswegen, alles ist neutral, du bist neutral und der Moment ist neutral. Spüre jetzt in dich hinein, jetzt in diesen Moment. Dieser Moment ist friedlich und neutral. Merkst du das schon? Kannst du das schon spüren? Dann atme noch einmal tief ein und aus. Und dann setz dich ganz gerade aufrecht hin. Ohne Hohlkreuz, aber ganz gerade. Oder stell dich hin und den Kopf auch ganz gerade. Und lass die Schultern mal ganz vorsichtig nach hinten sinken. Durch diese aufrechte Haltung bekommst du wieder das Gefühl, eine gewisse Stärke zu haben oder eine gewisse Kraft und Macht für dich. Denn Traurigkeit bedeutet zum Beispiel auch Ohnmacht. Also ohne Macht. Und dies wirkt diesem Vorgang entgegen. Ich wünsche dir alles Gute. Und denke daran, du bist nicht allein. Bis zum nächsten Mal.